Formel 1 in unterm Semikolon Sterreich Diese Szene wird in jedem Saisonrückblick zu sehen sein. Sebastian Vettel kommt in der 22. Runde in die Box. Doch sein Team ist nicht bereit, die Reifen sind nicht da. Vettel verliert wichtige Zeit. Ferrari sorgte beim großen Preis von Österreich wieder einmal für negative Schlagzeilen. Beim umstrittenen Sieg des Niederländers Max Verstappen wurde Ferrari-Pilot Charles Lecklck erst kurz vor Rennende überholt. Für große Aufregung sorgte auch eine andere Szene. In der 22. Runde kam Sebastian Vettel, der am Ende vierter wurde, in die Box. Der italienische Rennstall reagierte damit auf den Boxenstopp von Valtteri Bottas im Mercedes, Ferrari wollte unmittelbar nachziehen. Das Problem, die Mechaniker waren nicht bereit. Vettel stoppte regulär, doch die Reifen waren noch nicht da. Hektik brach aus, die Mechaniker mussten die Pneus eilend aus der Box holen. Vettels Standzeit betrug über sechs Sekunden, mindestens doppelt so lang wie normalerweise. Damit ist die lange Ferrari-Fehlerkette in der laufenden Saison um ein Element reiche. Die Erklärung seitens des Rennstalls kam kurz nach dem Boxen-Debakel, es gab ein Problem am Radio der Mechaniker. Sie haben nicht gehört, dass Sebastian in die Box kommt. Entsprechend waren sie nicht bereit, hieß es aus der Pressestelle des Teams aus Maranillo. Vettel selbst nahm den Vauxpass mit erstaunlicher Gelassenheit. Es war kein einfaches Rennen, der Stopp hat uns zusätzlich zurückgeworfen, analysierte Vettel nach dem Rennen bei RTL. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team